Hallo, New York! Ich bin die Assistentin von Grace Davis. Sie ist eine Ikone. Das ist ein Traumjob. Was ist das? Ist ja eklig. Das will ich nicht. Mein Leben ist ein Witz! Ich habe eine Demo von deinem Album gemacht. Für wen hältst du dich? Missy Elliot? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Grace, du bist der Song. Dann möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Warte, ist das dein Auto? Ja. Frag deinen Chef mal nach einer Gehaltserhöhung.